Große Schwestern sind scheiße, aber meine ist echt cool. Sie ist eine krasse Künstlerin, hilft mir mit den Videos für meinen Kanal. Du bist Hammer, du bist cool. Und bei meinem ganzen Training. Ria, denkst du, dein Vater schickt dich auf diese Schule, damit du Stuntfrau wirst? Ja. Ich bin die Wurz. Äh, nein. Aber jetzt ist alles anders. Sie trifft sich mit diesem Typen, der, wie ich finde, ein schmieriger Wichser ist. Was für eine Pestbirne. Es gibt für sie gar keine Kunst mehr, nur noch Strickjacken. Ausgerenkt nach dem Absturz. Wir müssen Salims Leiche im Keller finden und meine Schwester zurückholen. Nieder mit dem Patriarchat! Zerstören wir diesen Motherfucker! Um an seinen Laptop zu kommen, müssen wir uns tarnen. Wie sehe ich aus? Ja. Okay, Elba, behalte das Ziel im Auge. Ein mächtiger Vater, gib mir Kraft. Gina! Ja? Was ist denn los? Sag deines Halarms. Du bist gerade erst mit ihm zusammen und erzählst mir, dass du ihn heiraten willst? Fatma, wie geht's deinen Töchtern? Ich lasse nicht zu, dass du dein Leben wegwirfst. Kula! Großartig! Leute, ich bin nervös. Diese Familie führt was im Schilde. Ich traue denen einfach nicht. Ria! Ich muss diese Hochzeit verhindern. Wir lassen dich nicht im Stich. Wir sind drin. Wir sind drin. Ich werde dich im Auge behalten. Es geht. Los! Diese Hochzeit wird stattfinden. Dramatisch. Wir halten uns an den Plan, Lina zu befreien. Was macht ihr hier? Wir sind uns sehr ähnlich. Du und ich. Ich bin ganz anders als du. Ich bin. Die Wurz. Hast du meinen Kick gesehen? Natürlich habe ich den gesehen. Der war magisch. Ich habe nur gedacht, scheiße. Habe ich auch gedacht. Krass. Ich bin. Ich bin. Ich bin, das ist die Hochzeit. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.